hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft ig hier zusammen mit der shizu und der ria hallo wolltest du mich jetzt wissen ob ich die aufnahme nicht richtig habe ich aber wollte ich nicht ja ich bin davon ausgegangen dass du das kannst schnell mal schnell ein bisschen ich sollte mir echt auch so im ehrenschluss hier unterlegen hierhin von oben wo eigentlich kann ich auch immer meinen turm springen ist ja auch egal ja wirklich nur ein katzensprung sozusagen ja das stimmt außen ja gut hier oben ist auch mein turm da kann ich auch schön kraften das ist auch gut ich wollte übrigens mal gucken wieviel ig nutzen wir schon im system in gott in gott von allen einfach nur in gott wie viel ich wir haben 104 jelurium 1300 uranium 21.000 10 17.000 silber 3 refined iron 7000 osmium 9000 nickel 19.000 lied aus mir und wirst ja zugeschmissen 22.000 eisen 10.000 gold 20.000 kupfer 5700 kobalt 5700 adite 17.000 aluminium wobald ist gut weil das sind ja unsere werkzeuge was wir allerdings noch wenig haben sind diamanten aber das liegt einfach daran dass wir noch 3.783 diamond ohr haben also mehr ist genug das diamond ohr will ich nur nicht in der segment der kleinere das könnte ich natürlich auch dann hätten wir die einen diamanten aber ich möchte tatsächlich die level davon auch haben deswegen habe ich ja meine die maschine gebaut gehabt die ich hier irgendwo hatte hier oben über ist die mit der kriegst du die level oder wir das hast du meine maschine auch nicht gesehen auch für redstone also war noch nicht so nicht ich soll ich soll ich sie dir zeigen ist ganz simpel gebaut kommst du in mein haus kommen mein haus mein haus ist amazing und ich wollte sowieso hier ja komm vorbei gehe am besten vorst du direkt zur erzverarbeitung das ist meine küche wenn oder kommt noch alex ist egal kommen noch kommen noch alex ist ja schon nach vorne wir kommen wir gehen die treppen hoch kommen wir gehen zu fuß ja im moment so bisher ganz ich habe ich habe es ausgenutzt und man stadt aufgeladen so ja das geht nur im turm vielleicht muss ich auch noch mal irgendwo ein charger hinstellen so wir gehen hier treppe rauf geht die seite das sind doch meist geworden treppen ja ich habe auch vorne für die couch hast du gerade gesehen wenn ich da vorne couch in bau habe ich mir so ein bisschen gedacht vom eingang ein bisschen abgeschämt so zwei reihen holz noch davor weißt du ja genau das schön weihnachtsbaum hast du da in der ecke auch schon stehen ja der stand ja vorher schon da muss ja drum rumbauen hier hier ist das was hier mit redstone geht geht natürlich auch mit diamanten logischerweise und dann nimmt man nämlich seinen hübschen weibere hammer den man hier hat da kann man sich zum beispiel das genau wie wir muss sondern muss man so wieder an machen natürlich warte so da geht man hier hin da kann man sich auf keinen stellen die maus irgendwo ein klemmen oder kann einfach hier so machen kann die exp einsammeln und das wird von der blumen eingesammelt jetzt wird sich weiter geschoben warum ich doch ja dann kann man nämlich einfach weggehen und ja klar anders habe ich das einfachste methode jetzt gerade ja ja reicht doch und bei unten irgendwas dass die dinger in place dann wieder richtig dass wir mal kurz das wieder abstellen der block place da sind das hier das sind ja die 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 auf beiden seiten sind drei stück jeweils block place ja klar für die höhe ich wollte lieber noch mal neu machen was habe ich nicht hingekriegt weiß dass es dann kriegt die nicht alle so schnell mit gebaut genau reicht ja auch schon ja oder wieso du kannst dich ja auch hier an der seite hinstellen und drauf kloppen afkar aber dann ist wahrscheinlich von den tics ja nicht genug eben mir geht es ja darum dass ich hätte gerne ja gut es wäre am ende nicht schneller weil er die nicht schnell genug nachschieben genau darum geht es gerade und die pflanzen haben wir das rest und ein und ich kann jeder einsammeln das kannst du da kannst du schon noch so laufen lassen und danach musst du eh wieder neu er muss natürlich hier die rest und blöcke wieder in die block place einsetzen könntest du jetzt automatisch befüllen lassen aber da passen genug rein genug stecks ja geil ne und so gehen nämlich dann nicht die level verloren weil die kannst du klar kannst du allen crusher oder einer segment kleiner und lassen aber wie gesagt dann sind die der weg ich muss das nur afk wirklich auch machen das habe ich jetzt noch nicht gemacht wie viel die level nicht von daher war es jetzt nicht so tragisch ja aber es ist besser wenn man mehr hat aber durch die speicher dinge da kann man sich notfalls auch bei dem anderen welche ausleihen wenn es jetzt wirklich welche braucht das ist richtig ja jetzt wollte ich ja du hast du schon eine sitzecke irgendwo oder in der bibliothek ist eine und im unterhaus ist einer im unterhaus ja das ist dein name ich kann nichts für den in der bibliothek diese sogar sehr einfach mit glas seiten hast du das hast du da glas reingeschissen gebitzt oder ich glaube das waren sogar nur acht septor sind es ist ja genau die kannst du ja auch aber das ist ja ganz einfach geboren oder schüsselt wird nicht zu aufwendig natürlich kommen mal dazu kann ja auch die wo ich jetzt gemacht habe zeigen diese noch einfach die sind ja noch nix neue sitzecke ist ein bisserl näher ja zeig mal die neue sitzecke wir laufen auch zu fuß kommt ja gut ins unterhaus kannst du noch schon mal weg merken füttern wenn ich den nicht benutzen darf ja noch ist es ja haben das das wird noch eine weile dauern das soll halt mal ganz groß werden schießelt rock marble was hast du da schwarzes reingeschüsselt? so ein holzstück gewesen sonst ohne holz halt der tisch gefällt mir auch ja ich muss auch mal ich muss auch mal irgendwas schüsseln bei mir dann bloß in minecraft eine glasplatte ist irgendwie nicht ganz so geil weil das halt wirklich so komplett durchsichtig ist aus was hast du schüsselt glas reingesetzt oder was? irgendwas was ich da aus der me rausgezogen hab ja das weil das clear glas ist wenn du normales glas nimmst dann hast du ja eine struktur drin auch ja dann hat sie diese blöden weißen dinger drin aber die kann ich ja auch reinschüsseln ich könnte jetzt auch da so punkte reinschüsseln aber ich glaube oder was ist wenn du rotes glas oder sowas nimmst oder irgendwie was farbiges dann vielleicht? ich denke das werde ich na am ende dann auch machen dass ich farbiges glas einfach rein tue ja weißes glas ist mein weil die weißen drei weißen punkte da im weißen glas die sind auch für einen Arsch die bestehen immer aus vier blöcken ja weil ich sie vom platz her hier nicht anders hingekriegt hab man hätt's natürlich auch so waren können dass das wobei ach die sind sogar auf einer blockreihe warte mal ja genau vier blöcke ach sie sind sogar ne sind genau auf zwei block rein oder noch? mhm, zwei sogar nur der tisch ist genau einer in der mitte ich musste nur so umständlich anfangen weil der platz hier so eng war für den tisch brauchst du nur einen blueprint ja weil du spiegeln kannst ne? so jetzt versuche ich den gleich wieder rauszufinden bis hierher kommen dann sind wir nach rechts gegangen dann hier runter dann hier dann hier durch das ding raus und dann Richtung unterhaus guck mal easy ich kann mich jetzt schon hier aus kein problem so von der unterhaus ranne ich einfach weiter hoch ah ne das sind jesus gänge hier eindeutig man erkennt es direkt an den kerzen so bei jesus gehen wir nach rechts und jesus da hinten gerade dann laufen wir mal dahin ohne porten und dann links rum und wenn ich jetzt hier rauskomme müsste links die werkstatt von jesus sein richtig hi hi ja da komme ich dann recht rum wieder raus sehr klar das habe ich jetzt schon gemacht ne 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 gerade konnte ich mich noch zum unterhaus porten jetzt nicht mehr was ist das für eine ansicht hier hier verschwindet die wenn ich hier hingehe kann ich nicht zum unterhaus hier geht es wieder da muss ich irgendwie manchmal drehen komisch ne ja eigenartig so unterhaus von unterhaus port ich mich jetzt nach blutalter ne da will ich überhaupt mich hin scheiße das war jetzt hier falsche richtung naja vom blutalter komme ich in 7. stock stock das reicht mir schon und da lege ich gleich mein start wieder auf das praktische dann kann ich runter nach alex ja sehr schön gemacht so so ja ja ich denke da werde ich mal offline irgendwann noch eine sitzecke reinschüsseln und dann werde ich ähm was mit den türbögen machen so ein bisschen mal das untere stockwerk füllen auch jetzt sind es ja nur leere räume ja in der bibliothek müsste ich auch noch so einiges hin aber ich muss zwischendurch was anderes machen sonst ist es so geht es zu schnell in habe keinen bock und dann mache ich es gar nicht ja richtig 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 abwechseln abwechseln kann man nicht auch noch einen aus den verzauberten büchern und angeln und sowas was wir haben die level rausziehen gibt es dann irgendwas so ein disenchanter oder sowas ähh disenchanter gibt es aber der zieht nur die enchantments raus und nicht die level also der zieht disenchantment auf ein buch drauf hm ich will aber ein buch disenchanten da gibt es nichts oder was dass man die level rauskriegt ne äh ich glaube die schwarzen blumen sehen nicht so cool aus du hast die glummen gemacht wie gesagt die sehen nicht aus mana enchant hat was macht der denn noch ne das ist der ist für botanier ja entschuldigung glowing modul this modul gives glowing enchantment when used in the environment controller ahja lands of disenchanting was macht denn die von actually additions ja das das dachte ich mir als du den namen gesagt hast das das ist äh ich glaub das packt auch nur auf dem buch drauf ok ich glaub da musst du auch ein buch hinschmeißen und das item das du disenchanten willst und dann wird das enchantment aufs buch drauf gepackt ok hm na gut kann mich jetzt auch komplett irren aber ich glaub das war so irgendwie in die richtung jo ich müsste mich noch mal darum kümmern dass ich automatisch botanier pflanzen kriege ich hätte ja sowas mal ganz am anfang gemacht mit botanier ja und ich habe eigentlich alles dafür ich habe die jade amaryllis ich habe eine trommel warum hat das ja nicht funktioniert weil ich nicht genug mana gekriegt habe ne ich hab dann mal eine menge ja weil es nichts mehr gibt was automatisch immer mana generiert irgendwann gehen die pflanzen alle kaputt das hat mich geärgert deswegen habe ich damit aufgehört jetzt weiß ich es wieder ja und ansonsten hatten wir öfters mal creeper besucht aber was ich ja jetzt machen kann nachdem wir ja genug kult haben könnte ich ja diese wie heißen sie botanier pflanzen bauen warte mal botanier ganz neue idee jetzt wie heißt denn diese feuer blablub so helfen wir doch mal endo flame genau wo ist denn egal und die einfach füttern mit holz das könnte ich doch machen die geht ja nicht kaputt die pflanze die endo flame oder und damit könnte ich damit könnte ich ja genug mana sammeln weil holz haben wir genug also bis ich das ganze holz hat verfeuert habe und dann hätte ich genug mana damit genug mana kann ich genug pflanzen erzeugen unendlich pflanzen mua ha 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 ich hab schon lange keine böse lachen mehr gemacht das sieht creepy aus ja ria ria ja guck mal her das sieht voll unheimlich aus was denn da ist ein monster bei mir da haben wir grad beschäftigt nein komm her jetzt mein brother hat angst vor einem monster ja muss von ria beschützt werden das sieht voll lustig aus ne der schatten auf meinem dach quasi jetzt gerade wo es so dunkel ist sieht schon lustig aus deinem haus kannst du exploren ne der passion ne der Fall jo ja ja was in meinem haus können sachen spawnen ja auch im haus sowieso ja ich weiß ich habe ja wie gesagt ein paar close to uns weg gemacht und da muss ich noch aber nur unten nicht oben f7 war das ne sieht man genau da wo ich die wände gezogen habe da fehlt close und vor allem bereich komisch dass meinen strom speichern nicht nacht ist obwohl wir nachts haben interesting aber die ganze maschinen arbeiten doch gerade wie geht denn das strom hier die dinger senden der sende den strom die ganze zeit raus nichts verliert strom ja die ganze maschinen arbeiten alle sehr gut ist passiert nicht viel die die datum meiner doch natürlich vier und vier meiner die alle gerade arbeiten alle diesen strom hängen hat mich vielleicht vorher noch was gemacht jetzt geht alles in mein strom system nur ich habe mein strom system mit strom system nichts zu tun wir haben schon über wieder überzogen welche blumen sehen doof aus ich komme zu dir was ist wahrscheinlich jetzt vorgesehen muss ich jetzt noch mal gucken genehm grad sagen die letzte überziehen doch immer ja ich habe auch gleich die tür aufgemacht durch den schild durchgeportet und zack komme ich auch hier rein hallo welche sehen doof aus die die ja diese aussatz hätte als wäre schlecht geworden wenn es das ist es jetzt eigentlich die werkstatt oder die gärtnerei eigentlich ist es die werkstatt machst du da auch so ein blut ist dazu oder so noch nicht ich habe hier war sehr nice da kann man auch einiges mit machen ja ich denke mal vier designs jeweils vier farben sind 16 blümchen so viele so viele gäste habe ich gar nicht weil ich mache die blumgäste auch nur vorn im haus wie üblich halt so war das immer damals habe ich mir weil wer machte blumgäste nach hinten aussieht ja keiner ich bin falsch rum abgehauen durch den berg oder auch nur oben unten habe ich auch keine blumgäste aber ich habe also 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 14 15 16 17 hängende blumenkästen wo ich dann wäre ja doch da kann ich schon einige blumen unter bringen ein paar werden es schon ja die frage ist ob ich hier dann parallel anfangen also wenn ich jetzt an den zweiten fenster von links links den blumen hinsetze ob ich das dann an den zweiten fenster von rechts rechts auch hinsetzen muss spiegelt doch nicht so sehr ja das ist ich weiß ich weiß es ist hart aber ja richtig ich habe das problem ja auch aber nicht ganz von außen sehe es auch tagesspiegel komplett ja eine krankheit so baut hat keine echten idee wenn man haus sieht da sind nie die fenster genau gleich überall ja deswegen meine ich ja man muss sich so ein bisschen immer dazu zwingen zumindest in minecraft ja aus was wir jetzt hier haben wo matthias geplant hat ist es ja auch sehr asymmetrisch aber sehr 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 schön lass dir von ihm doch mal ein paar tipps geben ich bin eigentlich ganz zufrieden damit dass hier die gesetze eben nicht so funktionieren ja ich meine ja dass das mobfarm dinge ist daneben wieso ist mein turm nicht sehr statisch mit der einer seite hängenden mobfarm ich überlege ob ich hier noch irgendwo anders hinbaue dass man so nicht mehr sieht aber entweder das oder du machst so eine gesundheit oder so eine fliegende insel draus ja weiß ich weiß nicht ich reiß den turm ja nicht hab der turm ob der stehen ja ja ich meine ja das mobfarm dinge ist daneben bitte nicht schlafen danke wir haben nur einmal in der ganzen aufnahmesession geschlafen also wer kommt denn da unten rumgelaufen die shizu aha mhm ich hab 16 äh da ist ein creeper wo noch da ist ein creeper wo noch und ein paar äh shizzles and bits Päckchen im Päckchen im Päckchen ok was machst du da warum machst du meinen boden kaputt ja ich stell nur grad noch die schablonen um ähm weil die automatisch immer auf replacement sind keine gute idee ja dann ist mein balkon weg ja warte mal die haben ja jetzt die höhe von die wenn du jetzt da reinsetzt sind die ja kannst du ja da reinsetzen wenn du das jetzt umstellst ne genau das war ja der plan ähm ich hab grad eben zwei torbögen gebaut falls du auch irgendwann mal gucken willst wie du die torbögen machen willst ja wo hast du die gebaut sind sogar dreier es sind sogar dreier wo äh unterhaus ich muss überall hier gleichzeitig sein gerade hallo unterhaus hallo hofbode ähm 2 2 1 1 1 1 2 2 ja das ist doch schon ganz cool ich hab halt hier jetzt noch eine dünne Schicht also das kann man ja anpassen wo ist denn dünne Schicht aber es hat sich von der Form hier so am schönsten ja es hat sich von der Form hier so am besten ergeben die sind ja schon cool ja sowas in der Art wollte ich auch noch rein schüsseln mhm gut aber die Folge ist jetzt aus wir basteln noch mit Blumen und so was rum vielleicht aber wir sehen uns ansonsten in der nächsten Folge der Minecraft Video tschüss tschüss tschüss